hallo hallo herzlich willkommen zum neuen fortnite shop ja haben wir schon mal wieder in den nächsten item bekommen die lackierung von holen freund ins spiel besten dank auf nehmen wir doch so da wollen wir gleich rüber in den shop das sieht ja gut aus ok ein neues bundle lille wipp paket gucken wir uns mal an da haben wir einmal hier erst den etwas verstümmelten mac waffel hallo dankeschön also einmal mac waffel der ist nach 295 tagen wieder zurück hier mit backblink soft ice bär der scheint noch einen weiteren stil zu haben den er mir jetzt aber nicht zeigen will egal dann haben wir hier wassereis das ist auch 295 tagen zurück dann haben wir hier die lackierung streusel nach 100 tagen wieder genau zurück dann haben wir hier ein neue mode coole moves ok dann haben wir das auch als musik das ist auch neu ok hier dann nochmal alles einzeln dann haben wir das beste freunde paket zurück wieder nach 30 tagen war das letzte mal schon da ja mal helle der zwinker kater dazu gibt es dann amethyst klaue die lackierung zwinkerpfote dann haben wir lela hoppel häschen als backblink und der ladebildschirm wie gesagt alles nach 30 31 tagen zurück dann gehen wir weiter hier haben wir die rote jade die ist nach 34 tagen zurück hat einen dunklen stil hier aber den blau und dann noch so dunklen die rote jade ist nach 34 tagen zurück dann gehen wir weiter in die täglichen da haben wir mal power cord die ist nach 33 tagen zurück hat noch einen weiteren stil und sechs seiten passt sich auch an dann haben wir marianna die ist zurück nach 45 tagen und hat hier die mondqualle als backblink dann haben wir poky zurück nach 35 tagen die kalmar keule die ist nach 799 tagen zurück ich wollte gerade sagen die habe ich ewig nicht gesehen ja sieht ja lustig aus dann haben wir zornes schlag nach 909 tagen zurück also da haben wir hier noch konzentriert das ist nach 169 tagen zurück dann haben wir hier die sommerlieblinge strandpromenaden ruby nach 29 tagen wieder zurück hier mit der transparente tasche als backblink dann haben wir hot rod hacker und dann haben wir sommer drift paket nach 29 tagen zurück die arbeit ist gehen denn durch nässer die lackierung die zwillings klingen und noch der gleiter durch wie gesagt alles nach dem monat zurück ist aber dann noch was dann gehen wir hier weiter da haben wir noch mehr sommerlieblinge ok damals strand jules zurück nach zehn tagen hat ja hier auch die neuen stil bekommen hier mit denen die beine auch tätowiert sind da das ist ja plasmazahnräder als backblink dann haben wir die aquazange dazu wie gesagt einfach zehn tagen zurück dann haben wir hier unseren beach brutus auch nach 30 tagen zurück hat hier die tauchtasche und den sand schaufler als achsen dann haben wir beach bomber die ist auch nach 30 tagen zurück hier den farbenbomber board als backblink dann haben wir farbensternchen die lackierung ist auch nach 30 tagen zurück der farbenflieger ebenfalls nach 30 tagen flamingokönig ist auch nach 30 tagen zurück hat hier die axt noch dazu den rasenbrecher dann haben wir hier die kugel und leckereien einmal zwei kugeln dann haben wir das backblink vanilleeis das wird vielleicht erdbeer eis sein und da haben wir natürlich noch ein bisschen käse extra käse wie pizza das ist alles nach 303 tagen zurück so zwicki ist nach 304 tagen zurück dann haben wir die ganze dc sachen noch und dann sind wir schon fertig mit dem shop für heute mahalo bis zum nächsten mal ciao eure sen